Go! Herzlich Willkommen zur 10. Folge von Need for Speed's Most Wanted im Multiplayer Und heute mit Mr. Mattersinger und wieder Flashy! Ja, schönen guten Abend! Ja, der Flashy nimmt euch auch wieder auf nach... Ich glaub einer oder zwei Folgen Pause geht's... Oh! Das hat mal geil ausgeschaut! Und heute ist McLaren Power angesagt? Ja, normal! Vier von sechs waren McLaren, Replay ist grad abgehauen, keine Ahnung warum... Vielleicht kommt er nachher nochmal wieder... Ja, rammig, rammig, Bitch! Alter, kannst du schon mal aufhören? Raste nicht aus, Felix! Ach du Scheiße! Ah, dafür keine Beschränkungen! Ja, keine Beschränkungen nehmen wir nachher alle McLaren, ja? Okay, dann gewinnt der Beste! Ja, würd ich auch sagen... Dann halt... Okay, jetzt kann man das... Oh! Nein! Also bei... Flashy gibt's jetzt alles meiner besseren Qualität! Weil bei ihm... Gibt's kein Einbruch vorüber mir! Och Gott! Ja, das stimmt! Boah, hab ich den weggelammt! Der ist so gut! Der ist so gut! Der war Flashy! Nein! Oh, hab ich den gar weggenutzt, ey, da! Oh man, Felix hinter mir! Sorry BMW! Ach, jetzt haben wir zweimal BMW, Leute! Oh! Fuck! 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 Scheiße! Oh, Flashy ist der BMW von... Von deinen Leuten? Äh, ich hab auf jeden Fall den BMW eingeladen, ne? Also... Keine Ahnung! I don't know! Das ist eigentlich nicht unser BMW! Ja, ich versteh nicht warum das Auto sich einfach gedreht hat, ohne dass ich was gemacht habe! Wenn du Handbremse und Bremse drückst, dreht der sich so enorm, Alter! Das ist nicht mehr normal! Aaaaah, da ruft! Aber wie du linken kannst, wenn du mit so einem Controller, das ist unglaublich! Das stimmt, das ist viel geiler als mit Tastatur! Nein, er ist schon wieder hinter mir, das ist doch nicht mehr normal! Fuck! 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 Ich hoffe, das reicht hier mit, ähm, Audioqualität dazu, dass ich nicht so leise bin! Aua! Alter, du Wicks Kopf! Ja, sorry, ich wurde genau in Gegend gesetzt gespahnt! So! Flashy, danke! Erster! Kurzes Getriebe freigeschalten! Ich auch! Hab ich schon längst einer! Glaub ich! Boah! Boah! Alter Tobi, du leckst aber dich hier durch die Gegend, das ist nicht mehr normal! Ja, aufnehmen und ja, Skype dann nebenbei müssen wir und Origin Most Wanted, das kannst du mal ein Ründchen lecken! 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 Ne, ich nehme natürlich den Land Rover! Ist der besser? Der ist schneller! Naja, ram mich! Ach, Alter, das ist doch nicht mehr normal! Wer war's? BMW? Ne, Kahn! Kahn! Hey, wir haben schon wieder jemanden verloren, wir sind nur noch zu fünft! Wir haben gespielt! Ich! Der Pfeffer aus dem City! Es sei egal! Auch mit fünf Leuten kann man das gut spielen! Ja, freilich! Ja, freilich! Ja, was sollen wir machen? Was hab ich noch nie gespielt? Scheiße! Was ist das? Was muss man machen? Ach! Ach! Ich musste die ganzen Checkmins abfahren ohne zu rammen! Und was ist wenn man rammt? Dann sind deine Punkte weg! Nur die Gegner zählen oder zählt auch die Wand oder sowas? Alles! Okay! Du legst also Ramme her bitte nicht, ja! Ja, ich versuch's! Und durch was kriegt man Punkte? Nur durch Meter? Boah, Alter! Warum? Du LKW! Wow! Was geht ab? Alter! Was ist über mir auf einmal? Ja, du unter mir! Na leif! Ja, meine Punkte sind weg! Super! Danke! Ihr seid echt cool! Ja, sorry! Wenn du so vor mir her legst! Also es hat echt übel nach dem Leggen ausgeschaut! Ja, geil! Letzter! Wunderbar! Ich freu mich richtig! Ich lach mir hin ab hier! Alter, die Karre ist so langsam! Hammer! Hammer, oder? Eine Scheiß-Challenge mit so einem Scheiß-Es ist so riesig! Ja, Ramme ist du hinten ja auch noch gekommen! Nein! Ja! Yes! Challenge abgeschlossen! Nein! 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 Was nein? Ja, du mit deinen doppelten Punkten! Ja, was soll ich denn machen? Immer mehr online spielen! Nein! Du müsstest heute ausnutzen, dass er mehr vier Stunden in hat auf einmal! Ja, hat der sowieso! Ja, normalerweise müssten heute meine vier Stunden ablaufen! Ja! Normalerweise! Einmal hast du euch den Armspiel aufgenommen! Dann hast du mal so mit uns gespielt, glaube ich! Genau! Einmal habe ich so gespielt mit euch in zwei Stunden! Dann habe ich eine Stunde selber für mich schon mal aufgenommen in den Kopf! Und... 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 Dann merken wir uns, wir haben einen Wagen gefangen! Spiel haben wir das jetzt ja? Ihr werdet trotzdem verlieren! Macht euch keine Hoffnungen! Boah, dieser Land Rover, ne? Das geht gar nicht! Wir haben zehn nach... ...sechs einbefangen! Ja! Muss ich gucken! Mich huckt's an der Nase! Klasse! Auch weniger! Ich seh das noch nicht! Weil... Ich wollte gerade was mit Rauchen sagen, aber Felix, du hast ihn schon nicht weggenommen! Das Schlimme ist ich auch selber! Denn solche Sprünge will dich gar nicht bringen, Alter! Lass mal die Kommentare! Raucht ihr? Die meisten YouTube-Zuschauer sind eh noch viel zu Jungs zu rauchen! Die meisten sind eh 8er! Ey, was schätzt ihr? Was ist das Durchschnittsalter eines YouTube-Users? Ich würd sagen 15! Ich würd sagen 13! Ich kann aber alles nachgucken! Sag 12! Bei mir ist es zum Beispiel 14! Siehst du in deiner Statistik? Ich mein, jetzt ist es gesagt... Naja, ich sag ja bei mir sind es 14! So circa 14, aber... Ey, ich versteh diesen einen bei mir nicht, ja? Äh, beim letzten Most Wanted Video, ja? Hab ich gesagt, ja... Äh, das... Ich kann ja nur aufnehmen, aber... Mein PC geht nicht! Was schreibt ihr in die Kommentare? Dann wird's wieder Most Wanted! Ich könnte den einen nicht sagen! Nee, nee, was... Alter, was ist das denn? Springen musst du oder so? Was müssen wir da machen? Springen? Ich springt als Gruppe insgesamt, okay! Ja, aber wie? Aber wo? Oder aber was? Spring da rüber, spring! Ach, da hinten! Was da BMW macht, das auch behindert! Ja, ich hab das gleiche gemacht wie BMW! Na, klasse, gecrasht! Wie ist denn... Wie bist du denn da bitte langgerollt gerade? Die Benjamin...chen! Die Benjamin Blümchen, Alter! Ey, da BMW... Wehe, ich bin nicht eliminiert! Nein, bist du nicht! Ah, gut! Ah, dieses Scheiß-Spawn-Systeme wird zum Keulen hier! Jawoll! Zum Keulen, ey! Das ist das Spawn-Systeme zum Keulen! Flashy, nein! Flashy, nein! Flashy, aus! Böse Flashy! Halt dich zurück! Ey, jetzt bin ich genauso viele Meter! Ich könnte dich schon wieder... Alter, Flashy! Was? Alter! Was denn? Was denn nicht aus? א a Halti! Halti... Halti-Gusch! Halti-Gusch! Gutes Deutsch zum Sprechen! Ja, was Halti-Gusch? Ist Thüringisch! Halti-Gusch! Halti-Gusch! Ja, Thüringisch! Ha, Thüringisch! W-Kssen! Wie heißen denn die Thüringer? Braw vermucht! Brawortsch! He, ja! Alter! Das sieht nicht ganz gut aus! Du bist du nicht mehr normal! Bist du verliebendet? Was ist denn mit dir los, Alter? NEIN! Jetzt bin ich gegen den Pfosten gesprungen Och BMW Achso, die werden alle aufradiert, ich dachte schon Ich dachte jetzt ernsthaft, dass das... Spawnen mich hier wieder wie meine Oma zum Frühstück, ey Ich verstehe, weil ich laber, aber egal Wie viel sollen wir insgesamt springen, Tore? 1830 Haben Flashy gerade an mir flogen Hm Ja, ramm mich doch weg, du Huren Rieb dich ab Alter Nee, sorry, aber solche Leute gehen ein paar nur her, aber auf den Pist Replay for the win Ja, ist so Ja Kommi Yippie Jummi Schweinebacke Schweinebacke Nein, bin ich ins Wasser Ja, Mann Komm schon, komm schon Und ja gleich nochmal Jetzt spring einer bitte Komm, einer von euch Springt Nicht, nicht der andere da Spring, Flashy, ja Yes, 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 komm spring Nein Ja, gewonnen Und ins Wasser Abflub Abflub Abflub, ja Abflub, ja Boah, jetzt erst mal ein anderes Auto Jetzt ohne Beschränke McLaren Power Schwimmer oder Untergehen Versenke deinen Wagen Erfolg Du hast trotzdem doppelte Punkte, du kleiner Ha, ha, ha Wer kann, der kann Geringster erlittener Schaden Ich bin der Überlebende Ich bin am Treffpunkt Ich bin am Treffpunkt Ha, ich bin erst am Treffpunkt Erklärung Amp 4 Da hinten ist der dritte So, wo sind wir denn? Ich bin mit Ich bin... Och, nein Gewinn bisschen Team Klasse, ich hab noch nicht mal mein Auto ausgewählt Ha, fährst mit Land Rover jetzt, ja Ne, ich kann's ja noch wechseln, oder? Ich bin mit Felix ein Team, okay? Äh Das passt doch, wa? Passt Äh, passt voll Oh, Flashy, what the fuck? 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 Schauen wir mal, ob es klappt Oh, what the fuck? Ich finde ich, erinnerst du dich an die, äh Die Tempojagd von Porsche 911 war das erste Auto Das ist die Strecke jetzt hier Ja, ich weiß schon Wo seid ihr denn? Ich bin so weit hier vorne Ja, weil Flashy mich wirklich geraten hat Flashy immer fliegt, wunderbar Ja Ich bin nicht dick Aber klein Oh Nein, klein bin ich auch nicht Doch Ach Flashy, wie groß bist du denn? Ich bin 2,84 Meter Ne, wie groß bin ich? Keine Ahnung Weiß ich ehrlich gesagt nicht mal genau So um die 1,80 Meter Oh, was? Oh, Taxi! Da passt wieder ran, wa? Oh, hinter mir ist Flashy Oh, leck! What the fuck? Mann, die will scheit rum baggern Das ist schon nicht wie normal Das ist schon nicht wie normal Wixpielen Höh? Du scheiße! Der BMW, gib Gas, gib Gas Ihr weißt du, ein Ziel fährt mit 30 gegen mich gegen Was macht das? Ich drehe mich mit 5 Überschlägen Da ist Felix Da ist Kahn the Pro Gamer Da ist Kahn the Pro Gamer Der ist ein BMW Oh, sehr schön Oh, sorry! Ihr jetzt sofort, ähm, hier Stumm Jawohl, ich hab BMW weggepumpt Na, Rob Speed ist da, der kommt von mir, glaub ich Rob Speed, ha, siehste? Wunderbar Take down und Flashy Das ist krass Das haben wir auch herkommen, ey Der ist nicht online grad, glaub ich Philcofile, wenn du das siehst, hast gehört, du musst das nächste Mal dabei sein Ne, ist nicht online Ja, alle von Flashy's Zuschauer Samstag, 18 Uhr Nächstes Mal's hat er dabei Das ist eigentlich ne gute Zeit Ja, scheiße, ich hab keine Reifen Speed, Speed, Tablett Du reichst Speed Level 71 Ne, fahren wir jetzt alle weg, wo fahrt ihr eigentlich hin? Wir müssen hier hinten dann Och, Felix, hallo! Kahn, du Hund Ey, Felix, hast du von Sarazza die Roop-Room-Tour gesehen? Nein, hab ich nicht, weil mich das nicht interessiert Wollen wir uns mal angucken Nicht, ich hab's mir angeschaut Der zweite Fernseher, ey Also zwei zum Aufnehmen, ey Ein riesengroße und dann daneben nochmal einen riesengroßen Au Ey, Rob Speed ist wieder weg, okay Oh, Rob Speed, was soll das? Ey, ich überleg mir, hab ich ne... Alter, ja, und jetzt ist das Rennen, natürlich Danke, Spiel, danke Ja, versetz mich nicht Ah, jetzt fehlt mich Hallo Oh, verfehlt du, bist irgendwie krass im Boom gekommen Oh, 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 oh Alter, what the fuck? Ne, drei, wir können uns sehen, wenn man das kann Nein! Na, wir haben alle auf dem Fall Oh Gott Das ist halt so geil ausgeschaut Das Rennen Oh nein Da fährst du in drei Bugattis, ey Es sind so scheiße So scheiße Stücke drin Da bin ich zum Verzweifeln gekommen auf dem Rennen Das weiß ich genau, ey Oh, Flash ist hinter mir, Flash ist hinter mir, Flash ist hinter mir Ne, kann Ne, kann nicht vor mir Ja, jetzt Jetzt kommen wieder Rob's rein Fuck, ich fahr in der Mitte Oh Gott, ich bin das Spiel, ich spiele das Spiel zu selten Ich kann es nicht mehr Mist, Dreck Gut, ich bin Ich bin echt recht erfolgreich schon wieder unterwegs hier Vierter sind die perfekte Zahl Oh, oh Aber was ich noch mal kurz ansprechen wollte Wir hatten das letzte Mal, als ich dabei war, das Thema mit den Zuschauern und dem Alter und was weiß ich, was wir da gesagt haben Ja Das wollte ich mal klarstellen, dass wir das nicht verallgemeinert haben Also, dass nicht jeder 14-jährige von mir aus ein Depp ist Hat es mal grob gesagt Das ist ja auch nicht Es gibt halt so Sonderfälle, weil sich da immer die gleich voll angegriffen gefühlt haben Das wollte ich mal klarstellen, dass es eben nicht so ist Dass es da, oh man, dass es da halt so Sonderfälle gibt Ach so, haben sich bei dir welche aufgeregt darüber oder? Ja, so indirekt Das hat sich halt so angehört Das ist ja natürlich nicht, es gibt natürlich da Ist da nicht jeder 14-jährige in Volldepp? Ja, ja Das sind doch normale 14-jährige, die noch mit ihren Kollegen draußen sind oder was? Das ist eben Das ist eben Der normale 12-Jährige Ja, ja Das stimmt Das wollte ich nur mal kurz ansprechen Ja, okay Das klingt jetzt auch süß, das stimmt Für die Zuschauer von Flashy Jetzt lässt er Bescheid Eben Da bist du, Tobi Was? Ach da Und da, wie geht's denn so? Der McLaren lässt sich so geil fahren, ey Nee, gar nicht Ich habe alles zurück, was ich vorhin gesagt habe Ah, Rob Speed jetzt hat, bis der auch dabei passt Nee, der hat Der hat mich wohl, glaub ich Jetzt, 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 hier, komm, fahr, 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 fahr Yes, fuck! Bei mir steht... Du bist zweiter geworden Nein, du bist nicht Bei mir steht gerade, du bist zweiter geworden Nein Bei mir steht Rennen, du bist zweiter geworden Nein! Bei mir steht es aber Du bist jetzt zweiter geworden Null Du hast... Ihr werdet's alle sehen Ich bin immerhin dritter noch geworden, das passt Die drei besten Fahrer Eben Ja, nochmal Oh, schade, fast kann noch weggepumpt Die drei, die in der Aufnahme der Weise sind noch die besten im Moment, das stimmt Rennfahrstatistik Beende zehn Rennen Mann, bin ich übel Rob Speed N.E.Z Nicht im Ziel Ja, ja Das stimmt, das stimmt Ey, wir haben jetzt gerade mal 20 Minuten für die gebraucht, Alter Da hängen wir gleich noch eine Run, Alter Wir haben doch noch, oder? Ja, eine haben wir noch, ja Also... Äh, also ein Rennen, meine ich Hallo Felix So, Tobi Hallo, wer... What the fuck? Dude, what the fuck? Ja, Jungs, was fahren denn ihr da für eine Scheiße zu haben? Wo fahr ich denn nicht hin? Ja, wofür ich hin? Nein, kann gleich auch lang fahren Nein! Ich hab alle Radarkameras Hä? Was tut denn alle Radarkameras? Ich hab alle Das ist ja mies Ja... Rob Speed, falsche Richtung Ne... Rob Speed als einzige richtige Richtung Die sind halt irgendwie... Die sind halt irgendwie... Ja... Ich war irgendwie richtig... Irgendwie... Ne, ich hab irgendwie... Bei der letzten Aufnahme Hab ich irgendwie... 66 bekommen Okay Das passt Die kommen einfach so Ich bin erst am Treffpunkt Ich bin Zweiter, yes Und das ist ein BMW so gut, ey Der hat auch einen Punkt auf jeden Fall Ne, hat er nicht Oh Mann, ey, ich hab keinen Bock mehr Scheißrotz, ich nenne dich hier Was hier ein Problem? Geht schon Geht schon Ne, ich schrotte heute die ganze Zeit Irgendwie Ich fahr heute einfach nur total abbärmlich Bestimmt kommt nicht einer zu mir hin Und rabe mich total weg Wetten wir Ob ich stimmt, dass... Wir am schnellsten fährt, ey Okay, wir müssen schon mal in die andere Richtung Bestzeit Ach nein Okay Die Bestzeit Wer war das jetzt? Rob Speed Wer ist denn jetzt draußen? Ja, bist du Yeah! Fick dich! Ah, jetzt bin ich auch raus, wa? Du verfickter Schlampe Da war er! Den töt ich jetzt, ey! Jetzt müssen wir jetzt hier ransitzen, ey! Geil! Ich fahr zweiter Ah, Karl the Pro Gamer ist raus Ups, ich glaub ich auch Nein, du bist nicht raus Ne, stimmt, ist hier nur bei Takedown, gell? Richtig Alter, Rob Speed Alter, Rob Speed Fickzer! WTF Raus bist du? Ja, klar, er ist nicht raus, ja, super Ich hab mich noch voll... Ey, gerade Nein! Du bist mein Hedgefigger Mongo Rob Speed, ey, boh Ach, Karl the Pro Gamer, du bist ein Buch und so und ohne Scheiß Alter, beruhigt euch! Ja, Junge! Rob Speed nimmst du? Was soll denn sowas? Ey, er sieht jetzt... Ehrlich, aber ist so, du kannst mich nicht einfach wegrammen Er sieht schon, dass ich komme Und dann fährt er noch extra in meine Richtung, also sorry, aber... Wieso ist er nicht draußen? Alter, ich hab ihn dreimal tot gerammt, ey Wenn er war, Rob Speed jetzt wieder Wenn wir Komm Der Gutes müssen wir halt mal festlegen, dann müssen wir mal Reglement machen, dass sowas einfach scheiße ist und dass wir sowas nicht Ach, bis so und so, ey Ja, das Problem ist, da kannst du nichts gegen machen, weil du die Leute nicht kicken kannst Das geht bestimmt irgendwie Ja, die Leine, das geht nicht Ja, von zwei auf vier Sarah Felix hat mir noch einen geholt, ey Ja, okay Du und Sohn Flashy Ja, klar Ja, schöne Rob Speed Mal ehrlich, ey, wenn du nächstes Mal mitfährst, dann rammt, dann nimm ein anderes Auto, nämlich ein Bugatti, mit dem du nicht umgehen kannst Ich sag mal ehrlich, so, ey Ich stehe rum, rammt mich total weg Ey, wow Was ist das für Einer? Mit 30 rammt der mich So 30, ey So 30, ey So 30, ey Boah 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 Alter Tobi ist bei mir über alle drüber geflogen und dann voll auf Dach geschoben Ey, ich hab, ich hab, ich hab beide W gemacht Ah, das war schon mit der Speedlist Oh, was soll des? Alter Rob Speed, was bist denn du für Einer, ey, hast du irgendwie gelitten? Alter Ey, nimm das nicht persönlich auch mal ehrlich, ey, das kotzt so an gerade Jetzt rammt er mich, jetzt rammt er mich, natürlich, man Warte mal, ich schalte ihn mal ganz kurz ein Und sag ihm meine Freunde Ey, Rob Speed, bitte Du hast sofort Take Down drin, ist ja schon mal scheiße Rob Speed, hörst du mich, ja? Wenn ja Hallo Also Bitte Ramm uns nicht ohne Grund Ja Danke Schönen Abend noch Jawohl, danke Wunderbar Top, alles klar Nächstes Speedlist, ey Keine Beschränkung Nice McLaren following Na, er, er, er nimmt Bagatti Älter, ey Mit dem er aber nicht umgehen kann Das ist das schlimme Der nur ramen kann Raum keinen mit ihmab So, ok Hat das Rob Speed alles verstanden, Satan, aber nichts Der Raum sind so nahe beim, kommt heroic mal her wie »Gänsemarge« Ey Hahah Wtf Klinik die Liederscheidung hier habe ich null Punkte gerichtet ob die gesellschaftliche Tobi Kompilante erreichte es kommt insgesamt 20 täglich Nein, nicht Dein Dropspeed verpiss dich. Scheiße. Ich hab L, wie hab ich Dropspeed getakedowed. LOL. LOL, what the f- Wuhuhu, Felix, das war knapp, das war knapp. Das war richtig knapp, Alter. Aber wir büsst uns ja takedown, also. Ja, NEIN! Alter, wie funktioniert das? Voll gegen die Wand geschürt. Ich habe gerade... Ach, ich sag nur Schmerz. Ja, jetzt hab ich einen Punkt. LOL. Zwar, die Zeit noch müssen da reichen, okay? Oh. Habe ich jetzt den Punkt dadurch nicht gekriegt, jawohl. Ich hab gerade Mr. Manzinger total weggeraum. Ich bin genau gegen dich gefahren. Ey, du hast mich keinen... Alter, bei mir bin ich gegen dich gefahren. Ey, bei mir bin ich gegen dich gefahren. Ja, gut, das liegt aber daran, weil alle so überecht da rumlagende sind. Das vielleicht kommt... Hast du so ein geiles Bild drinne, bitte? Ich? Ich? Ich hatte ja bis jetzt noch kein einziges Mal erwischt. Mich hat bis jetzt noch... ...fass keiner erwischt. Ne, zweimal. Wieder. Ey, ich hab bestimmt schon sechsmal getakt oder so. Leslie? Ja? Boah, hi. Du bist gerade um hier vorbei. Wow! Ich hab dich voll erwischt. Was? Was? Ja! Das kann nicht sein. Er fliegt mich drüber und dann trifft er mich auch noch. Oh nein! Wie auch immer ich das jetzt gerade gemacht hab. Wow! Zerstört von wem wie? 19... Also er ist ein Jahr jünger als wir. Zwei. Wuhu! In der Luft starten, ja. Gekriegt? Jawohl, hab ich gekriegt. Nice. Ja, mit nem Bugatti kann ich auch alle wegrappen. Ja, flashy. Alter, der hat sofort Tag da drin, kannst mir erzählen was du willst. Ja, hat er ja auch. Steht auch dort. Ja, okay, rap mich wieder weg, alle. Ich bin nur da, wie das Opfer hier behandelt werden, ey. Nee, ey, wieder auf mich. Ja, wieder! Wunderschön! Tobi rasch ist alter. Der letzter Geil! Das ist ne Scheiß. Ja, nice, Rob Speed. Ja, dann zieht euch die eh alle wieder. Ey, der hat aber auch nur 6 Takedowns. Ey, Rob Speed, ich finde, das ist nicht 4 Takedowns der am Ende der Speed ist, ey. Ja. Ey, hat er schon 20 Takedowns oder so, ey. Geht weg, ey. Gibt er das den ganzen Tag, ey. Ja, das ist halt die Scheiße mit dem Sofort-Takedown, das sollten wir verbieten, ne? Ja. Das sind halt, ey. Du fährst gegen die mit 3er-Kammer und bist trotzdem Schrott. Ja, das ist das Problem. Ich hab erst den Takedowns, was ich immer so erwähnt hab. Größe. Nice. Ramp mich und passiert nicht. Lol, geile, geile Logik, oder? Ja, ich bin letzter. Wow, aua. Wenn, wenn jetzt kommt Rob Speed von hinten an, rammt mich so. Jawohl, jetzt ist Rennen und ich bin gecrashed, nice. Ja, ich auch. Geil, jetzt ist Rennen und ich bestanden, der Fall ist... Aber wir wurden perfekt, Alter, er mit seinem... Alter, der buggt sich hier bei mir nur so durch die Gegend. Bei mir aber auch. Bei mir aber auch. Ich fühl dich, ich fühl dir einfach die ganze Zeit in der Ehe. Ja, danke, Phil. Bei mir buggt sich, aber ich habe viele durch die Gegend. Ey, ihr seid beide Freunde, ey. Ihr habt euch beide immer weg. Alter, Rob Speed ohne Scheiß, du mit deinem Scheiß sofort-Takedown. Fick dich. Ey, aber der hat sofort-Takedown und er geht meistens nur 30 Sekunden oder so. Ja, der hat aber ständig einen, weil er ständig Takedowns... Das heißt, ich kann gar nicht mehr fahren, weil die alle mir im Weg umstehen. Die Wixer. Die Wixer. So, ich will... Soll ja ruhig erster, wenn soll er crushen. Weißt du was, ich bin Tobi, letzter. Ja, Flashy, geil. Ja, passiert. Oh, bitte. Ich bin normal. Ey, es gibt manche Fahrer, die sind echt sowas von assi, ey. Wie kannst du denn denn drinnen treten? Flashy, aber der Flughafen ist echt geil aufgebaut, was? Das stimmt. Das ist richtig cool gemacht. Was war das denn? BMW rast mit Simon Karmann hier vorbei? Nein! Lol! Geil! Ey, was ist denn das für ne Scheiß-Logik, ey? Diese Scheiß-Sofort-Takedown, äh... Diese Scheiß-Takedown. Alter, ich kann gerade gar nicht mehr fahren, das ist so nicht mehr normal. Das stimmt, sonst einfach rausnehmen, von Burnout. Das heißt, du sollst nicht, dann sollst Burnout und Alls Wanted helfen, ey. Das stimmt. Das hab ich mir aber auch schon oft gedacht. Jetzt ehrlich, ey, dieses Medi-Takedowns dann brauchst du so lange, bis du wieder gespawnt wird. Und deine beiden Leute hier sind auch nicht gerade die Heads, ey. Komm weg, Ramm. Da kann ich ja nix dafür. Oh Mann! Ja, es tut mir ja leid, keine Ahnung. Ich hab das ja nicht gewusst davor. Ja, kannst du ja nicht wissen. Das ist nämlich deine Schuld, aber... Ja, aber jetzt haben wir es mal angesprochen, jetzt hoffentlich halten sich die Leute dran, weil sonst finden wir noch raus irgendwie... Man muss die Leute kicken können, wenn man den Server erstellt. Oder die... Weil sonst... Sonst ist das erste Online-Spiel, was ich kenne, wo man nicht kicken kann. Eben, es muss gehen, und dann wird das halt auch rigoros durchzogen. Ja, ist so. Weil... Dann... Dann wärt ihr einfach von Flash über euch geblockt, hätte ich das... Boah! Ja. Ne, ne, es ist so. Ganz einfach, da machen wir auch nicht lang rum. Ja, ja, ne, es war wirklich so, das ist also... Okay, also was. Also dran... Äh, wenn ihr nicht dran habt, habt ihr halt Pech gehabt. Könnt auch eure Mutter, äh, fragen hier, aber mir sehr halt. Ja... Alter, das ist doch nicht mehr normal. Ich kann kein bisschen mehr fahren jetzt wegen denen, Alter. Na, ne Kanalisation, da kannst du auch nicht fahren, wenn so scheißrutschig ist. Das ist die Konzentration total weg, Alter. Weil man sich nur aufregen muss. Deswegen weiß ich auch warum LPN das... Let's Play da auch von aufregen... Ah, Rob, du hast mich angeschrieben. Bam hier! Weg mit dir! So, das seht jetzt alles schön in der Aufnahme, das passt. Schreib ihn jetzt mal! Ja, ich hab' geschrieben nicht so übertrieben rammen, weil er geschrieben hat, gar nicht rammen. Ach, dort nicht rammen, ja, er rammt doch nur selber. Warum auch? Ne, weil wir ihn auch rammen, deswegen rammt er auch. Ganz einfach, aber billigstens halt... Ihr rammen ihn! Einmal! Jetzt hab' ich nicht rammen, das geb' ich zu. Das geb' ich zu, das war ich aber nur, weil ich dem Ziel war mit Heißkut. Ich hab' ihn gerade... Ja, das passt schon. Ich muss das machen, ich muss ja... Ich muss mich einmal kurz mal rechnen. Aber wenn er mit sein Bugatti angepackt kommt, dafür kann ich ohne nischt. Soll ich besser als Internet holen? Okay, ich bin auch nicht besser. Hier kommen aber alle übelst rumgepackt an. Das ist halt, das sind halt die Server von EA, da kannst du nix machen. Hm. Wie, du meinst die Server, die so unheimlich gut sind? Ja klar! Das sind wir doch gewohnt, oder? Autolog mit den... im Bar-Server. Ich dachte ich, wir nehmen ihn mal bei ihm rennen, aber... Wow. Hast du ihn geschrieben jetzt? Ja, dass er auch kein sofort-take-down-reintun soll. Da reintun, der geht automatisch halt. Echt? Ja. Den bekommst du noch nach einer bestimmten Zeit, von wenn du jetzt mal 6 mal getakedown hast oder so. Richtig. Achso. Das ist normal, das ist so gesetzet. Achso, okay. Das wusste ich nicht. Ich hab' mal gedacht, immer dass das halt so reintun muss wie das Geschwindigkeitsfanatiker und sowas. Hallo. Oh Gott, die hast du mir nachs Gasse. Nochmal für alle Bucke, die kommen aus Frankreich, nicht aus Italien. Hat dir jemanden hingeschrieben in die Kommentare. Ja. Eine Frisse, eh. Boah, die legen sich alle einem zurecht, das ist nicht mehr normal. Ist das irgendwas mit springen oder so? Okay, da hochfahren. Jetzt kommt bestimmt BMW angerast, wird dann ab nicht weg. Ja, BMW kommt angerast. Achso, jetzt... Achso, wer am schnellsten jetzt hier oben fährt. Mit dem McLaren, der sich im Matsch um keine Kurve bewegen lässt. Nice. Hm. Mit Rennreifen. Ich muss aber Geländereifen nehmen. Nee, ich hab' nicht mal Geländereifen. Alter! Bin ich jetzt raus? Nein, bin ich nicht, kann er froh sein. Ansonsten... Rob Speed, du hessi... Du bist raus. Geil! 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 Alter! Was ist das für ihn, Alter? Ey, ich muss schon... Oh! Na nicht Räifenreperatur. Rennreifen, wie ich reinhabe. So! Na klasse, ich hab'n Klappen. Du gehst doch weg, Alter. Der kann nicht sterben, Alter. Ist mir so egal, ey. Ey, ihr fickt den! Ja, klar, ihr rabt mich wieder weg. Okay. Hat ja gut geklappt. Ey, Flashy, rabt ihn dann... Ey, schreib ihn dann nach wieder an, Alter. Einmal sowas, ey. Der... Ey, der... Felix hat's doch erledigt. Ich hab' gar nichts gemacht. Er ist einfach über mich gesprungen. Ich hab' nichts gemacht. Oh, er kann nicht rammen. Ein Wunder. Ich geh mal aus der Tourist-Tourneer raus, ey. Ja, Felix, ramme mich du auch noch. Ja, Junge, ich komm' nicht um die Kurve mit dem Ding. Aber Rob Speed ist noch echt schlimmer als Replay, oder? Das Replay noch... noch... ich sag' nur. Oh, nein. Oh, was geht ab? Oh, was geht ab? Ohne Scheiß den McLaren kriegst du um keine Kurve im Match. Um keine. Ja, alle, die sind Bugatti, ist wie bei FIFA, wenn sie alle Bayern nehmen. Das ist doch wahr. Ich hab' sowieso nichts können. Nie lappen. Ich hoffe mal, du bist kein Bayern-Fan-Flashier ansonsten. Nein, nein. Und wärst du gleich auch nicht dran. Hahaha. Wirst du direkt auflegen können. Du kaufst hier! Nee, nee, bin ich nicht. Ich weiß, dass ich noch spielt. Muss jetzt sein, schon mal halt. Schreib mir einmal an. Wenn... Kurz, also... Hör, bitte auf zu Rahmen. Wer hört uns doch. Schön Felix. Nein, das Problem ist, die lenken sich hier alle so durch die Gegend. Da kann ich gar nichts für. Aber er... Er macht es ja aus. Keine Ahnung. Ich hab' ich kaum gewonnen auf. Wir sind auf die Kliniken. Ja, was muss das muss? Ja, was muss das muss, Alter? So ein Eisbruch-National. Was muss, muss, muss? Hm. Wortgewodka. Ja, jetzt hat er mich weggefickt. Gott, aber er hat mich auch weg. Ich... 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 mal zur Seite stellen. Wie er... wie er... wie er bremst... ey... Wie er mich wegkommen will. Hast du gesehen? Ich bremse. Er... er macht... er... totale Handbremse. Er will nur noch rammen, Alter. Das siehst du sofort, Alter. Oh, ich bin hab' über eine Million B-Punkte. Ich zweck mal 6 Millionen. Fick dich! Wow! Was soll das denn? Komm' Flash hier und sag' deine Punkte. Nö. 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 5 Millionen 47.000. Ey, pass auf, Rob Street wird mich jetzt so wegnetzen. Nö. 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 Kohlen geht los und ich bin immer noch kaputt, nice. Anfläch ich mein Team goal. Oh, Rob Street ist in deinem Team, Nice! câ insteada dan ranked er nicht weg. Kann auch nicht! Five2 Bleib doch stehen, McLaren 8xm. War das denn für eine Scheiß-Dricks extreme Den Burgatti auf einmal. So wie das geht doch. Du kann es denn nicht mit dem. Oh man! Ey, ich geh mit dir weg vor Rob Speeder. Der bächtört! Echt! ich kann mit dem Auto nicht fahren auf so Matsch ich auch sehr das geht es nicht man muss hier mit der Bremse arbeiten mit der Handbremse geht es stimmt ich arbeite mehr mit der Bremse ich lass mich so einfach überholen ich habe Angst vor dem ich will das Rennnetz verlieren nur weil der mich rammt da wäre ich lieber zweiter als fünfter der hat was dran bei so einem er ist gerammt er ist gerammt er ist geschrottet er ist vor mir ich will auch nicht schneller fahren ich will ganz gecheckt hier lang fahren ich komme mit dem Auto um keine Kurve wer ist hinter mir? Flashy! hallo ja hi ich versuche mich hier gerade vor zu euch zu kämpfen wir haben fast keine Kurve ich schlitter hier rum als gäbe es kein morgen ja komm das ist schlimm ja ich werde noch erster what the fuck was war das denn? ja ich werde noch erster los weg hier schnell Frau RobSpeed Alter hab Angst vor dem los weg ey wir haben mich verfolgt wir haben mich verfolgt wie haben mich verfolgt ey ich bin weg hier haha Stunge wie haben mich wegrammst du alter ey RobSpeed erklär mir das mal bitte warum willst du ihn wegramm? ok aus Rache kann ich es verstehen aber ja aus Rache aber sorry ok stell mich jetzt hier hin bitte ram mich wunder du hast es gemacht wunderbar jetzt freu dich mach den Kuchen oh der ist lächig oh er hat es geschafft er weg gerahmt ich freu mich ey das rot gefällt mir nicht mach das rot weg what the fuck so ich steh mich ich steh mir jetzt hier hin Korsa macht du komm ich steh genau hinter dir ich steh wie auf dem sehr wie Tablett du musst mir doch haben oder du das war jetzt nochmal das kam jetzt zu geil sorry aber aua der hat mich gewinnt mit zwei Leuten hier Lappen ja das passt wir waren Zweiter und Dritte äh Erster und Dritte oder? ja ne ja weil RobSpeed in der letzten Kurve mit seinem Bugatti sich einmal gedreht hat und mit dem Auto nicht umgehen kann achso ja ich hab'n Platt das passt das ist auch Fahrer nach Treffen das passiert wenn der Rapp mich weg in so ner Challenge wird mich RobSpeed so was von weg rammen ja ich hab'n Aventador freigeschaltet hab'n schon lange hab'n schon lange ich wollt grad sagen den Jay ach Digger ach Digger ja achso ja ja merkt er was ja Aventador ach schon lange ok was hat der für Besonderheiten das ist ein Cabrio ein bisschen ähm ist sie jetzt cool weil du Cabrio hast ja man er hat mit verdeckt fahren, wa? warte als wüsste jetzt was geht ab? du läckst der vor mir rum wie sonst was ja du hinter mir auch ja geil das dauert doch nicht so lange ey dauert doch nicht so schnell da stand einer boah Alter wie hab' ich den in denen weggenatzt boah oh ja hier muss auf jeden Fall ein paar zähne aus und lässt drauf rein Alter das muss wo soll ich hinrasen ich hab'n Schiff von Kenan Schitz Scheiße ich bin total falsch die Richtung erstmal gestartet passt das passt wieder typisch flashy naja wieder total dicht ach fuck wo bin ich denn jetzt rin gefahren was müssen wir machen? Park ab nein nicht mit den anderen da kannst du nicht parten ich steh mir ganz nah am Ende hin nein fuck wie soll er überspringen und bitte nicht weg ich steh links ja chill ich weiß wo du stehst ich bin doch gerade in dir vorbeigesprungen sorry flashy Rob spielt es so weit weg der kann nicht mehr einholen wenn er kommt jetzt angerastet und du kamst alle weg ich sag's dir ich sag's dir der kommt von hinten an der rat mich weg der rat mich sofort weg ich sag dir das jawohl der kommt da ey so ein Hund bist du ey du bist echt so ein verfickter Hurensohn alter was bist du ah ich hab mich selber untergeflogen hast du kein lehm oder was alter es regt mich grad auf wiedersehen alter nee Tobi Tobi ach bin ja du hättest mich fast runter geschmissen da kommt er wieder da kommt er ey komm Flaschi mach Rückwärtsgang ey ich bin dabei verpiste alter na zu Ende zweiter na klasse oh alter ey verpiste mit deinem scheiß Pagani alter das ist ein geiles Auto aber nee ey du kannst mit keinem Wagen umgehen Fahner da dritte so ein asozialer was ich versteh nicht wie kann man denn so ein Spiel so so komisch drauf sein das versteh ich halt nicht jetzt ich finde es macht so keinen Spaß boah er hat mich weggerannt ich? so wie viel Zeit haben wir oh wir haben 40 Minuten wollen wir noch eh ne machen ne ich würd sagen das langt erstmal oder also ich werde für das mal ööö könnt ihr noch einen Part noch mehr wollen ja eben ich würd sagen das machen als so einen Part ach so okay und dann gibts halt zwei unter der Woche mal ok ok dann kannst du dir ein bisschen 40 Minuten Part vielleicht schon am Sonntag kocheln wenn du es schaffst aber wir machen es eh in der Woche vielleicht jawoll Speed Level 27 gut morgen meinst du oder was? ja also wenn ja kann sein schaffst du es bis Sonntag? ja ich denke schon dann würd ich sagen wir musst den nächsten Kapieler der würde sofort nach dieser Aufnahme vollen und ich hoffe euch hat es gefallen noch meine persönlichen Worte an Rob Speed nächstes Mal bitte ja nächstes Mal ist er jetzt gleich ja wir starten aber ne neue definitiv ja auf jeden Fall denn nächste Woche Samstag wenn Fläschchen mit dabei ist wieder kann sein oder halt bei der nächsten Aufnahme wenn Rob Speed Alter was hat der denn mit mir? einfach bitte ey warte ich mal vielleicht verliebt vielleicht verliebt hallo? Alter was ist denn los bei dem? erst der Lover du Wichser alter gut dann war's wir banden diese Aufnahme mit Wichsern und das war's und ja bis ein paar Tagen tschau tschau macht's gut tschau tschau tschau